Weiter geht's mit Borderlands und diesmal habe ich Sled einfach die Show gestohlen, weil ich irgendwas anderes gesagt habe und er gar nicht darauf vorbereitet war und jetzt ganz traurig ist. Ja, weil ich gerade sagen wollte, willkommen zurück bei Borderlands, wo Seppo heute den Flugsgenerator reparieren wird, damit wir nur 9,31 Gigawatt hier das Schiff zum Laufen bekommen. Aber das hat er mir gestohlen. Tja, da ist er sehr traurig jetzt, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Ja, jetzt macht das Ding nochmal hier fertig. Ja, das sind fünf Teile. Ja, ist ja chill mal. Immer locker durch die Hose atmen, mein junger Freund. Du bist älter als ich, ne? Ein bisschen. Ja, so zehn Jahre oder so. Ein bisschen. Huch. Was? Ja, können wir jetzt damit rumfahren? Ja, weiß ich nicht. Da musst du irgendwas untersuchen. Nein, müssen wir erstmal hier auf das Ding drücken. Und? Hat das uns jetzt ein Schiff gebaut? Ne, ist das abgebaut. Jetzt kannst du dir an jeder Catch-A-Ride-Station ein Sandsgift generieren lassen. Doch bevor du zu Captain Scarlet aufbrichst, musst du nochmal zu mir kommen. Alter, wir können es immer noch nicht benutzen. Naja, der hat ja gesagt, wir müssen nochmal zu ihm kommen. Du kommst mal, Spaß, Mann. Gib uns doch einfach jetzt hier das Moped. Das Schiff-Moped. Aber nein, er will uns nochmal hier bei sich haben, der arme Typ. Der kleine arme Psychopath hier. Alter. Aber ey, wir kommen gern zu dir. Was willst du? Hallo. Alter. Hast du es gehört, was er gesagt hat? Ne. Er wollte nur, dass wir nochmal zurückkommen, weil er gerne hier Kumpels bei sich hat. Ach so, ja dann. Dann bin ich ja... Er hat aber hier noch eine Quest, oder? Der leuchtet gelb. Ja. Der hat noch zwei Jobs gehabt für uns. Ja, nehm mal an. Ich bin mal gerade im Inventar. Hier ist noch ein Job. By the way, willst du noch einen Raketenwerfer? Ja. Ich habe zwei sogar, glaube ich. Der eine ist sogar noch besser als der andere. Das war super. So. Äh, 3200 und 4600. Was willst du da haben? Ja, den mit mehr Bums. Äh, 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 äh. Äh, ja. So. Du brauchst sie. So, ich verkaufe mal den ganzen Rotz, den ich hier habe. Okay. Kampferfahrung, SMG-Schaden, Malivon-Schaden, bla, weg damit. Klassenmord. Okay, ich bin fertig. Na dann. Ah, ne. Gibt's hier irgendwo eine Munitionsbude? Ja. Ich muss mal hier in der Munitionsbude, Munitionsbuden. Äh, wollen wir eigentlich erst die Hauptstoryline durchknüppeln, oder wollen wir die Nebenquests hier erst machen? Ach, ja, das Hauptstory. Go, go, Hauptstory. Dann mach mal. Dann such das mal aus, während ich Munition kaufe. Ach so, wo sehe ich das denn? Das Hauptstory-Ding sieht anders aus als die anderen Quests. Äh, äh, ist, ist, ach, da ist, äh, ah ja, da ist so ein Borderlands-Symbol, ne? Ja, hab ich. Was ich hasse, ist, dass es kein Auto-Buy-All-Knopf gibt. Ja. Das ist echt doof. Mach doch mal ein Auto fertig. Ja, mach ich. Äh, Maketen, Harpunen oder Sawblade. Nein, wir nehmen Harpunen. Ja, du schießt. Das ist mir völlig wurscht. Mach, mach Harpune. Das hört sich cool aus. Äh, aus. Ja, hört sich cool aus. Ja, ja, ja. Hurra! Du fährst das automatisch. Nein, 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 ich möchte bitte tauschen. Alter, wo muss ich denn hin? Ja, 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 tausch mal. Wie geil. Das ist jetzt echt so ein, ja, das ist so ein Hoovercraft, oder nicht? Wie geil. Das fühlt sich, ach, ich hab, oh Gott, ich hab schon wieder komplett vergessen, wie die Steuerung hier funktioniert. Ich kann auch schießen, aber mein Schuss ist irgendwie ultra langsam. Naja, ich fahr einfach mal. Ja, irgendwie ist das, er fühlt sich lustig an. Und ist auf jeden Fall vom Design her ganz cool. Ich glaub, da kommen wir nicht weiter. Doch. Aber da müssen wir noch nicht hin. Oh, müssen wir da nicht hin? Nein. Dann warte mal. Ha, in letzter Sekunde noch abgebrochen. Ähm, da müssen wir doch hin. Hä? Ja, jetzt, jetzt ist die Karte aktualisiert gerade, hat der Ding da nicht hingezeigt. Ja, haben wir die Hauptquests ausgewählt, oder nicht? Ja, klar. Ja, wie, hier, blablabla, blablabla, schauen wir doch erst mal. Ja, wo ist die denn? Ich seh die gar nicht. Äh, in Oasis musst du gucken. Ja, Gott, Alter, wo ist Oasis? Ich seh's nicht. Äh, in England, da treten die manchmal auf. Ja, äh, äh, ich seh's nicht. Es gibt hier die Hauptquests gar nicht. Hä? Äh, also bei mir hat das Ding, was ich da selektiert hab, ein anderes Symbol. Das hat halt dieses Borderlands, ah, und nicht dieses Zahnrad-Symbol. Ja, keine Ahnung, ich geh da jetzt einfach rein, du wirst schon wissen. Achso, ja, jetzt mach nochmal. Ich war noch im Menü. Äh, ich bin aus dem Dings ausgestiegen, wegen dir. So, ich bin nochmal ausgestiegen. Ja, aber jetzt nicht wegen mir. Ja, weil ich dumm bin. Wegen dir, so. Okay. Reisebeginn, hurra! Wurmwater. Hm, Wurmwasser. Äh, was? Achso, falsch rumgeguckt. Ich düse mal einfach drauf los. Naja, kannst ja mal hier die Quests noch eben annehmen, oder? Da in diesem Bild können. Naja, ist viel zu schwer gerade. Ja, Alter. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Ich bin halt mal gespannt, wie sich das halt mit den Quests, der Storyline und dem Leveln halt ausgeht. Ob man diese Nebenquests halt machen muss, oder nicht, oder doch. Ich weiß es halt nicht. Ach, das ist vollkommen Banane. Wir machen einfach, wo wir Lust drauf haben. Was hältst du davon? Das ist ja ein völlig neues Prinzip. Ja, voll krass, ne? Wir machen einfach irgendwas. Ah, das Ding schießt so langsam, das ist völlig nervig. Ja, vor allem sieht das so klein und unscheinbar aus. Irgendwie keine Explosion am Ende, nix. Doch, ist eine kleine Explosion drauf, glaube ich. Auf deinen Schuss zumindest, oder? Oh, hier ist irgendwas. Äh, da ist ein Riesenmopedschiff. Zerstöre das Radarschiff. Äh, ja. Wir sollen jetzt nicht das Ding da killen, ne? Doch, zerstöre. Radarschiff, steht da. Ja, lass erstmal die Sandraupen killen. Was hältst du davon? Ach, das ist das kleine Ding. Ach so, okay. Na gut. Upsa. Dieses Drecksding will abhauen. Ich glaube, es ist tot. Alter. Aber noch ein Eins. Ja. IC, IC. Lass es mal rammen. Oh, wir haben nur noch 6 Karp. Ja. Fünf. Versuch mal, keinen Schaden zu kriegen. Ja, aha. Da sind ganz viele Grümmer. Okay, wir sind ohne Schiff. Wo ist das Ding? Äh, da. Oh Gott, ich gehe down gegen das Ding. Wo bist du? Äh, keine Ahnung. Ich gucke mich hier so ein bisschen um. Da, hinter dir. Alter, das Ding macht mich sowas von kaputt. Echt? So schnell? Ah. Da, lass dich doch mal davon treffen, dann siehst du, was... Aber ist das abgehauen jetzt? Äh, aber hier ist doch direkt eine Station irgendwie, oder? In diesem Schiff. Oder sehe ich das gerade falsch? Ja, warte mal. Da kann man doch eventuell mal hier direkt irgendwas holen. Ja, ich gucke mal. Wie kommt man denn da rein in das Ding? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür erst das Ding da killen. Alter, das wäre natürlich nicht so witzig. Das geht, das droppt halt auch überhaupt nicht. Oder es heilt sich wieder voll, oder was weiß ich. Naja, das ist halt ein bisschen nervig, weil... Alter, hier liegt aber noch Iridium. Das stecke ich nochmal ein. Gib mir mal eine andere Waffe. Ach, geh doch weg, du Kackding, Alter. Mach doch mal deinen Klapptrap, oder so. Ja, der läuft doch schon die ganze Zeit. Der ist doch jetzt einmal schon durch. Ja, mach ich aber nochmal. Also, das Vieh macht mich. Ich bin down. Alter. Ich versuche mal, zu dir zu kommen. Das wäre nett. Ich weiß doch nicht, ob ich es schaffen kann. So, ich schieße mal. Kommt nämlich... Wenn du ein paar Einatriffst, bin ich halt auch Gemüse, ne? Danke. Du musst mich nochmal resten. Ja, Rest läuft. Nein, Rest läuft nicht, weil ich nachlade. Wo ist das hin? Da kommt es wieder. Alter, jetzt stirb doch mal. Dankeschön. Das war echt, das war echt nervig. Okay. Lässt du es jetzt rein, Scarlet? Ja, die Quest ist jetzt da drin. Machst du jetzt hier die Beine, äh, den Anker runter? Da ist eine Plattform. Da hinten. Da ist was aufgegangen. Hier ein Treppending. Warte auf mich. Achso, das ist eine Leiter. Ja, Leiter, Treppe. Das ist sehr lustig übrigens, das Leiter und Treppe irgendwie. Das lässt sich sehr einfach verwechseln. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon Leiter gesagt habe und Treppe gemeint habe. Und weiß, wer da ist. Oh, hier ist eine Ammo, äh, Bude. Ja, keine Ahnung. Alter, was ist denn das? Hier gibt es eine ziemlich fette Granate. Ticiati? 8 mal 935. Oh Gott, hier steht einer neben mir und ich habe mich... Was? Warte, nochmal. Ja, spawnt 8 Bomblitz. Achso, die waren auch kacke, dachte ich. Ähm, ja gut, bei den Schadenzahlen, ich weiß es wie gesagt nicht. Keine Ahnung, versuch's halt. Näh, das ist mir zu teuer. Gehen wir erstmal hier, äh, Freundin Scarlett besuchen. Upsa. Wo ist denn die Frau Johansson? Ich hab hier ein bisschen hochfahren, wenn wir das wollen, glaube ich. Weiß ich nicht, ich gehe hier... Aber erstmal looten den ganzen Mist hier. Es gibt hier voll viel Zeug und so, Muni und so. Äh, ja. Wobei ich jetzt gerade am Automaten alles gekauft habe. Also von daher... Nicht ganz so wichtig. Oh, hier ist ein Speicherpunkt, den könnte man mal aktivieren. Wenn ich ganz falsch... Mach doch mal. Mach doch mal. Hab ich, hab ich. So, jetzt hier oben ist... Hab ich was getriggert. Oh. Nicht übergekämpft, du bist ein Kammerjäger, was? Hab noch nie einen von euch getroffen. Die Knarren, die Power, alles sehr beeindruckend. Falls du nach dem Schatz des Sandes suchst, bist du bei mir richtig. Aber, ach, ich bin unhöflich. Hab mich noch gar nicht vorgestellt, passiert mir öfter. Sorry, ich bin Captain Scarlett. Ich finde immer ziemlich cool, diese Bilder da quasi, wenn die einen Charakter vorstellen. Sehr erfreut. Sehr stilisiert. So, wo bist du? Äh, hier oben. Ich schnacke mal mit Scarlett. Vermutlich. Den Sandmann töten? Ja, töte Sandmann. Äh, wie soll man dann abends schlafen, wenn es den Sandmann nicht mehr gibt? Ja, sollen wir dann direkt mal da hinheizen, oder willst du hier den Rest noch annehmen? Ja, komm, heizen. Heizen. Direkt heizen. Äh, wo ist denn hier unten das, äh, Motorboot-Moped-Generierding? Das ist hier auf der Seite. Du kannst, glaube ich, hier runterfallen. Und dann, ja, es ist hier irgendwo. Also, ich glaube, das ist hier gewesen. Man weiß es nicht. Ja, es ist hier. Ich mach mal noch mal, was, was wollen wir denn machen? Was hat das denn davor gemacht? Harpune war scheiße, ne? Ja, Harpune war nicht so gut. Ich mach mal Raketen-Moped. Hupser, zum, äh, Fahrzeug teleportieren. Ja, ich bin drin und go, go. Dann müssen wir jetzt mal den Sandmann erledigen. Mach mal ganz kurz Badass-Range. Ah, ich hab einen, nämlich hier. Machen wir, äh, Schussweiten-Treffsicherheit. So. Äh, in welche Richtung müssen wir heizen? Ja, ich glaube in die. Äh, in die nicht, in die. In die. Jetzt in die, ja, in die. Ah, schieß doch mal. Schieß mal. Ich hab das selbe, jetzt wieder so eine MG. Du hast die. Ah, ich hab, ah. Das macht mir schon ein bisschen Wumms, soll ich damit Feuer, ja? Na, zumindest sieht es ein bisschen imposanter aus, als diese kleinen, äh, Gillette-Kling. Aber wir müssen nicht, ja, hart links. Aber es ist komisch, dass ich, obwohl ich fahre, auch die dicken Wumms haben. Allerweise war das immer anders, ne? Ja, äh, haben sie halt wahrscheinlich mal geändert, damit du auch ein bisschen Spaß haben kannst. Ja, wir müssen dann geradeaus in den Tunnel oder so, da oben. Ich hab voll über den rübergeheizt. Alter, unser Schiff, wenn wir da drüber heizen, macht unglaublich viel Schaden. Wir platzen einfach, wenn ich da drüber heize. Ja, einfach weggehoovercrafted. Ja. Wobei eigentlich irgendwie leicht unrealistisch, weil man ja drüber schwebt. Das müsste überhaupt keinen Schaden machen. Wir müssen hier reisen. Ja, dann reiß doch mal. Ja, ja, sag reiß, ha. Ja, wenn irgendwo mal der Sange reißt, Sumpf, ja, lassen wir das. Die waren alle nicht so geil. Äh, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, hier so in die generelle Richtung ist nicht komplett falsch. Ja, da oben ist auch wieder ein Schiff. Ja, die können wir einfach ignorieren. Ja, wir müssen da glaube ich rein, ne? Ja, das sind wir richtig. Glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Alter, ich würde gerne aufsteigen. Ja, mach halt. Ja, geht nicht. Das Schiff driftet irgendwie weg. So, jetzt können wir. Ach ja. Hier sieht ein bisschen aus wie, äh, Tropical Island, so ein bisschen noch. Oder Dead Island. Ja. Oh, da kommen irgendwelche Rockmeister. Die mag ich nicht. Die sind die Psychos, die, die Explodierpsychos von den, äh, aus dem anderen Ding. Das sind quasi nur ein Reskin. Alter, ich mach überhaupt kein Schaden annehmen, weil das ist denn da kaputt. Da ist der Pulverjunge. Boah. Geh doch mal bitte gepflegt sterben. Alter, ich hab den von 3000 Kilometern geheadshot, sniper, one-shotet, Dingens. Das war toll. Da oben ist noch einer. So, dann ist der auch weg. Ich glaube, ich hab meine wahre Berufung als Snipermann gefunden. Spielt sich auch den passenden Schaden, den Nahkampfschaden. Genau. Dann Sniper doch mal da hinten dir mit dem Laserpointer Ding weg. Da bin ich dabei. Den hab ich einmal getroffen, aber dann hat er, ist er hier in Deckung gegangen, der Feigling. Ach, der lebt immer noch. Ja, der ist in Deckung gegangen. Äh, oh, wir müssen hier sogar noch mal wieder ins andere Gebiet rein. Hä, da ist noch einer. Ja, ich hab den gerade schon mal einmal getroffen, aber ich hab gerade nachgeladen. Jetzt ist der kaputt. Ja. Wir müssen da oben, da ist eine dicke Kiste, warte mal. Links, du musst nach links. Ja, mach mal hier unten. Geh hier links, da. Nein, geh du. Ich kann nicht, bin so weit weg, geh nach links. Ich kann dich hier von oben navigieren. Links, links, links. Ja. Da hin, links und dann da hoch. Und dann hier irgendwie, da ist irgendwo eine Leiter oder so. Irgendwas muss hier sein. Ja, hier ist eine Leiter. Ja. Die Leiter da hoch irgendwie. Ja, wenn du mich nicht blocken tätest. Du hast mich geblockt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Also hier oben war es bestimmt was ganz Tolles jetzt drin. Mhm, bestimmt. Nicht in der Kiste, aber in der hier hinten. Also sogar 1000 Kisten. Ja, und garantiert ist er. Ich warte mit der dicken Kiste auf dich. Ja, dann. Willst du aufmachen oder soll ich? Ach, jetzt hab ich nachgeladen. Ach, verdammt ey, geh doch weg ey. Ja, mach mal auf. Ja, du hast aufgewacht. Oh, so viel schöner Schrott. Die Shotgun ist glaube ich nicht schlecht. Hm, muss ich mal gucken. Also es ist schlechter als meine, aber vielleicht ist sie ja besser als deine. Wollen wir weiter? Äh, also meine ist besser. Ja, meine auch. Hat's ja voll gelohnt und du wolltest unbedingt da hoch, mein Alter. Alter Stressor. Zum Kack hier schon wieder, Mann. Ja, voll doof und so. Geht auch weg. Haters Valley. Ja, genau, das hab ich nicht gesehen, weil ich gerade nicht auf den Bildschirm geguckt hab. Was hast du sonst hingeguckt? Äh, sag ich nicht. Alter. So dumm. So, hier kann man ja erstmal Mooney kaufen. Alter, sie sieht hier echt aus wie Tropical Island. Falls du jetzt was sagst, also ich meine, keine Ahnung. Ja, sieht echt schön aus. Eigentlich ein schönes Urlaubsgebiet. Ein Spaßbad ist das hier. Ich hüpfe mal ins Wasser. Ja, bin ich dabei. Oh ja, das hältst du von Nacktbaden. Ich finde Geige sehr, äh, anzüglich. Huch. Nein. Da schießt irgendwas. Stört hier unsere gemütliche Zweisamkeit. Ja. Drecksack. Oh, der ist auch noch bad. Alter, ja, das hab ich gerade auch gemerkt. Ich hüpfe fröhlich auf ihn zu und denke mir ding, 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 ding und dann boom. Das sind sogar zwei. Ich mach mal meinen Skill an und werf mal meine Axt. Ja, macht ein bisschen Schaden. Die Axt im Wald, oh, sie sind aber, glaube ich, tot und haben irgendwas lila was gerobt. Ja, das ist ihr Video nur. Mal vier, glaube ich. Nimm mit, schadet nicht. Und hier ist ein Flammen-Mod, den ich nicht benutzen, also ein... Oh, das Wasser sieht cool aus, muss ich einmal ganz ehrlich sagen. Aber das haben sie echt gut hingekriegt. Hier ist noch ein, Macromancer-Classen-Mod. Was? Macromancer-Classen-Mod. Und verkannt? Nix, glaube ich. Das hat irgendwelche Magier, hast du nicht gesehen, den ganz... Vor kurzem kamen übrigens ein Borderlands-Update raus, also, äh, keine Ahnung, was das gemacht hat, aber jedenfalls hat mein Steam Borderlands irgendwie runtergeladen. Na, 160 Megabyte war das, ne? Irgendwie vielleicht ein Bugfix oder sowas. Irgendwie so wahrscheinlich. Oh, da hinten sind neue Mob-Typen. Tiny Tina dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Oh, das sind wieder diese Kröser-Lüsken-Mopeds. Auf die Füße ballern, ja. Ja, 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 ja. Da hat mich ganz irgendwas eingewiesen. Ich weiß aber leider nicht, wo. Das Crystal-Ding war das nicht, ne? Ich geh da mal hin, da liegt ein Haufen Gelb. Ich find's hier echt cool, idyllisch. Die Frage ist, wo müssen wir hin? Da ist ein Wasserfall, der uns eine Quest gibt. Was? Der Wasserfall? Ja, ah, ne, wir müssen hier hochfahren. Guck mal her. Ach so, ja, mach mal. Ja, zieh du an den Hebel. Du willst doch wieder nur, dass ich meine Anarchy-Stacks verliere. Genau. Das ist mein, äh, diabolischer Masterplan. Du könntest aber auch einfach... Ich hab dran gezogen. Der Hebel ist kaputt. Äh, du könntest auch einfach mit Maus und Keyboard spielen, dann hast du das Problem nicht. Nein. Dann hätte ich ganz andere Probleme. Ja, ich weiß. Weil du ja hier, äh, der Kosolen-Boy bist und nicht der Master Race. Genau. Das Ding nimmt extrem viel Schaden, wenn ich auf den, seine Füße schieße, mit der Waffe, die ich ja hatte. Ja, aber abgesehen von der Quest müssten wir auch für die Story-Quest, äh, dahin. Also nicht nur, um die Quest anzunehmen, sondern auch, um die andere zu finishen, ne? Ja, eben. Das ist, ah, da hinten sind noch tausend, ah, nee, hier sind so kleine Dinger. Ein Alpha-Skart. Ach, ich mach mal das Clapschripe an. Go, go. Ein Spucker-Skart, du Arsch. Da liegt wieder irgendwie ein Klassen-Mod für dich, glaube ich. Ja, kann man nicht. Nee, das ist hier ein krasses Schild. Muss man hier ganz kurz die Skarts töten. Ja, ich auch. Aber Club-Trab, Alter, dein Club-Trab ist schon ziemlich OP, ne? Ach, find ich nicht. Dazu, dass du noch super viel Nahkampfschaden machst, ist das Ding schon, also nicht Nahkampf, sondern Waffenschaden, weil das auch noch gebufft wird bei dir. Ist schon ziemlich krass, irgendwie, was der Mac-Commensor raushaut. Ist, glaube ich, so der Easy-Mode-Char, kann das ein bisschen sein, so ein bisschen nur. Ach, ich fühle mich schon ein bisschen überfordert. Ja, vor allem, weil du überhaupt nicht zielen musst, weil du einfach Auto-Aim hast mit dem Ding. Alter. Was ich ein bisschen komisch finde. Also, ich meine, der Char scheint echt so Easy-Mode zu sein, für den die Borderlands zu hart sind, die können ein bisschen mehr zahlen, dann kriegen die dir Easy-Mode-Ratus hinterhergebrochen. Ja, schon okay, passt schon. Es ist so meine, ist so meine Einschätzung der Lage. Ich weiß ja nicht, ob du da zustimmst oder nicht. Äh, ich guck mir mal gerade mal dein Schild an. Ah, da hinten sind noch mal wieder drei oder vier von diesem Arsch. Viechern, Dingens, geht doch weg. Äh, ich nehm das mal mit. Du kannst sowieso einfach alles mitnehmen. Wenn du einmal dein Inventar oder zweimal dein Inventar geupgradet hast, hast du eben 20 Spots. Ja, schon klar. Nein, ich wollte halt, äh, im Sinne von, ich möchte es auch benutzen. Ja, mein Claptrap wirbelt hier rum, macht irgendwas, ist schon, passt schon, ist schon recht. Irgendwas, ach, du schießt immer auf mich. Du machst immer den ganzen Schaden auf mich. Jetzt weiß ich, wo der ganze Schaden herkommt. Was war das denn? Da oben sind Snippers. Wo? Ach, da! Ja, muss ich mal ungefähr in die Richtung halten. ich seh nichts. Ach, irgendwas hat mich vergiftet. Ich werd hier drauf gehen. Oh, da kommt noch so ein größer Leak. Leak the Mopedman. Dritte, ja, ich hab den killed volles Leben, deswegen ist mein Skill so toll. Ich freu mich so sehr, wenn ich Level 30 oder sowas bin, weil dann krieg ich endlich, 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 endlich die Fertigkeit, wenn ich, lower HP bin und meinen Skill zünder, dass ich sofort wieder volle HP bekomme. Okay. Und super stark bin dann danach. Also noch viel stärker, als ich normalerweise in einem Rage Mode bin. Dann wird mir einer abgehen. Dann wird der Char hier auch, glaube ich, einigermaßen brauchbar. Weil momentan hab ich echt das Gefühl, dass sein Char so komplett die Definition von Easy Mode ist. Und ich halt hier nur sicher beschweren ist. Ja, ich hab halt irgendwie kaum Waffenboost-Schaden, den ich effektiv nutzen könnte. meine Stacks, die ich bekomme, sind alle dernuch, dass ich Schaden nehme. Und ohne gutes Gear kann ich das nicht benutzen. Keine Ahnung. Finde ich schon ziemlich unfair. So. Lass mich mal ausreden. Da ist ein ganz komisch platzierter Automat. Wieso? Ach, du kannst einfach hier unten durchgehen, um an den Automaten zu gehen. Da gibt's ein Macromancer-Ding. Zwei sogar. Unten? Oben? Ach, da. Kannst du auch von oben angrabbeln. Okay. Hier sind erstmal ganz viele Kisten-Dinger. Hier gibt's Granaten-Mods. Aua. Das ist explodiert, wirst du? Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge weiter. Wirst du? Haben wir schon so lange wieder aufgenommen? Ja, eigentlich schon. Na, wenn der Slatter sagt, ja, dass letztlich die Autoritätsperson, da muss ich mich natürlich beugen, ich arme Wicht und sage einfach mal Tschüss, Mann. Ja, bis dahin.